Hallihallöchen, hier drin dampft es aber mächtig gewaltig und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Plannerall. Wir rüsten uns hier immer noch ein bisschen aus und ich brauche Lehrlingsbücher, genau, aber ich habe keine Ahnung wie viel, deswegen schaue ich nochmal nach. Nämlich fünf Einhandbücher, okay. Fünf Einhand und acht schwere Rüstung. Wir kaufen uns erstmal die Einhandbücher und dann wird unser Geld glaube ich schon alle sein. Naja ein bisschen was haben wir noch? Lehrlingsbuch Einhandkampf. Fünf waren es glaube ich. Und was gibt es noch? Leichte Rüstung. Und schleichen. Brauchen wir alles nicht. Deswegen würde ich sagen, einfach bloß die Einhandkampfbücher benutzen und ich würde halt noch gern schwere Rüstung auf 25 steigern, aber ich weiß halt nicht wo. Hellmutschneiderei. Ach, ich glaube nicht, dass der schwere Rüstungslehrbücher haben wird. Deswegen gehen wir nochmal zu dem Schmied hier hinten. Aber er verkauft anscheinend nichts. Ah, willkommen, willkommen. Wie kann ich euch behilflich dies und das? Schaut einfach selbst. Ach, da muss ich bei ihm nachgucken, ob er Zeugs hat. Ich denke gerade nach. Lehrlingsbuch. Leichte Rüstung. Parieren können wir auf alle Fälle machen. Ich schaue mal kurz, was parieren. Wie viel brauchen wir da? Parade. Ähm, auch acht, okay. Dann kaufen wir uns gleich mal acht von denen. Zack. Und schon sind wir wieder geldlos. Und benutzen die einfach gleich mal. Ah, ich klicke hier erstmal auf das Falsche. So, jetzt aber. Zack. Und woher bekommt ihr eure Ware? Und das soll ich dir glauben, mein Guter. Naja. Ich gehe jetzt in den Südviertel und dann machen wir die Hauptquest weiter, Leute. Sorry für dieses Trödeln hier. Aber es ist wichtig, sie ein bisschen zu equippen. Und nach dieser Folge werde ich erstmal nachschauen, wie viel freien Speicherplatz ich noch habe zum Aufnehmen. Nicht, dass meine Festplatte hier vollläuft. Denn hier ist nur ein Terabyte groß. So. Hinteres Herzland, bitte. Denn wenn meine Festplatte jetzt vollläuft, sind glaube ich die letzten drei Folgen für einen Arsch. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube schon. Da seid ihr ja. Sehr schön. Hier, ich habe uns noch eine Karte besorgt. Seht ihr das? Wir sind hier und dort hinten ist die Ruine, als du tust. Also geht voran, ich folge euch. Alles klar, dann gehen wir dahin, wo wir hin müssen. Einmal eine 180 Grad Drehung und da müssen wir langen. Oder? War es jetzt richtig? Das ist richtig. Na dann, los geht's, Leute. Seid ihr bereit? Ich auch. Die sind überall hellwürzeln, die ich nicht brauche. Weil ich kein Leben verloren habe zurzeit. Krass. Kommst du? Meine Gute. Ach, die benutzt natürlich den Weg. Wie ein vorbildlicher Mensch. Komm, meine Gute. Nicht trödeln. Weiter geht's. Es geht los. Hey, das war bloß ein Fuchs. Es geht nicht los. Aber da geht's gleich los. Nämlich hier. Und mit diesem Dolch können wir so schnell zuschlagen. Das ist richtig geil. Und sie hat auch gut geklatscht. Dafür, dass du eine Frau bist, hast du es gut gemacht. Nein, Spaß, Leute. So einer bin ich nicht. Wie kommt das hier bekannt vor? Waren wir nicht gerade erst? Nein, das war die Ruine davor. Aber trotzdem. Hilfst du bestimmt was zu erkunden. Und ich hatte recht. Ein paar schöne Stahlschuhe habe ich bekommen. Schauen wir mal. Sind sie sogar besser als unsere jetzigen? Statt waren Stiefel 13. Und sie sind einfach noch 15. Krass. Benutzen wir gleich mal. Und dann wollte ich noch Sachen loswerden, die ich irgendwie nicht verkaufen konnte. Ah, wieso nicht? Schmuck anscheinend nicht. Stadtwachenstiebe behalten wir. Dann sehen wir aus wie ein Stadtwachenmensch. Typ. Und das ist echt cool, wisst ihr? Nein. Wir gehen natürlich weiter. Ich hätte halt noch gerne meine schwere Rüstung gesteigert. Das wäre noch so ein extra gewesen. Aber ich glaube, das schaffen wir auch so. Wir machen jetzt gut Schaden. So. Und dann. Rein mit uns. Und da sind wir. Und sie ist mitgekommen. Perfekt. Bah. Ich frage mich, ob hier Fallen sind. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Kannst du mal auch bitte schleichen? Ich will nämlich ein bisschen Zeugs. Ach, scheiß drauf. Wir snapen nichts. Auf geht's. Zack. So. Ja, das waren alle, die ich erledigt habe. Und du hast nichts gemacht, außer mir einmal den Rücken geschlagen. Meinst du? Aber trotzdem. Das war nicht nett. Denn. Ich verliere hier ewig viel Leben. Und sterbe. Während du nichts machst. Weil du auch zuguckst, wie ich sterbe. Hm. Ich frage mich gerade. Gehe ich hier lang, oder? Ja. Das war gerade ein Leck. Obwohl, ein Leck kann man es ja nicht nennen. Weil ich bin ja nirgendwo online. Egal. Wir gehen jetzt runter. Zack. So ein bisschen vorsichtig hier. Ist ganz schön steil. Nicht, dass wir unser... Fuß hier umknicken. So. Und ich merke schon ein bisschen Low-FPS habe ich hier. Wenn es hier so neblig ist. Oh. Wäre nett, wenn du mal vorgehst, Vibe. Denn ich habe nicht viel Leben. Und kriege hier alles ab. Kannst du mich heilen? Ey, du bist ein Sonnenschein bist du. Wow. Das ist cool. Dankeschön. Ich kann so schnell zuschlagen. Leute, das ist richtig göttlich. Und solange es hier nur Spinnen gibt. Ey, das sieht wunderschön aus. Und solange es hier nur Spinnen gibt, die mir Angst machen wollen, passt das ja alles. Nehme ich die Kerzenständer mit? Nein. Aber ich benutze mal den Hebel. Und anscheinend war das ein Fahrstuhl nach unten. Ja. Sieht stark danach aus. Irgendwie sieht es hier aus, als ob hier unser Feind irgendwo ist. Ja, wir schauen mal. Die kenne ich. Drei und drei Leute sind tot und der Eingang ist verstärkt. Scheiße ist das doch, verdammter Scheiße. Lass mich alleine, ich muss nachdenken. Hm. Das klingt ungut. Ihr. Und allen Menschen. Ach, sie ist das. Ich habe euch am wenigsten erwartet. Ja, Arantial konnte es kaum erwarten, mich nach der Weihe auf eine Mission zu schicken. Na dann Glückwunsch. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie es einen weiterbringen soll, sich den Schädel mit irgendwelchen Drogal zu tun. Nachtschatten-Elektier ist nicht irgendeine Droge, sondern eines, das den Geist in einen einzigartigen Zustand versetzt und dessen Rezeptur nur der Ordnung. Hat sie ja nicht noch die Glatze? Nein. Seitdem ich einen neuen Rechner habe, siehst du gut aus. Respekt. Und die sind ganz schön groß geworden. Ja, Respekt. Ich bin gemeinsam mit dem, den wir als Propheten bezeichnen, zur Hüterin erhoben worden. Ihr seid das Mädchen auf dem Dorf? Vielleicht. Wieso? Habt ihr von mir gehört? Naja, es gibt ein paar interessante Gerüchte, die euch da umgehen. Sagen das so. Aber mir soll es egal sein. Ihr beide seid auf jeden Fall fähiger als diese Schädel von der Atergabe. Lasst mich raten. Wieder Söldner. Das ist schlecht. Wo sind diese Banditen jetzt? Seht ihr den Gang hier links? Der führt runter in die Ruine. Und was machen diese Mistkerle? Wir rennen gerade links hinein und schaffen es auch noch irgendwie einen Fallmechanismus zu aktivieren, der den Gang hermetisch ablegelt. Jeder, der der Portal jetzt so nahe kommt, wird gegrillt. Und nun können weder wir runter, noch die hinauf. Und dieser Mechanismus lässt sich irgendwie außer Kraft setzen, schätze ich mal. Irgendwie sicherlich schon. Aber würdet ihr den Hebel zum Deaktivieren einer Falle an der Tür, die sie beschützen soll, platzieren? Wir müssen einen anderen Weg runter finden. Aber wir haben einen Anhaltspunkt. Einen versteckten Eingang, zu dem man allerdings einen Mechanismus lösen muss. Kommt, ich zeige ihn uns. Wer weiß, vielleicht seht ihr ja wieder irgendwas in der Vergangenheit, das uns weiter hilft. Ich gehe trotzdem mal kurz gucken, wie es hier aussieht. Okay. Kannst du mich heilen? Bitte? Heil mich! Ich bin gerade ein bisschen... Haha, wieso bin ich dahin gerannt? Ich bin dummer Idiot. Ui, das war nicht gut. Ich hoffe, hier gibt es irgendwo Heilwürzeln. Heil mich bitte! Ich renne mit Waffe rum, vielleicht heilt die mich dann irgendwann. Scheinbar nicht. Ich bin wirklich kurz vorm Sterben. Krass. Naja. Ui! Achso. Ich schätze mal, der wurde getötet, weil er die falschen Glocken geläutet hat. So, und der Glockenhammer benutzen wir... Ah, falsche Glocken. Hier müssen wir lang. Ja, ne, ist eine gute Idee. Einfach mal erstmal gucken, was wir machen müssen. Mit unseren 10 HP, die wir noch haben. Wir schauen mal. Das wäre halt echt nicht schlecht, wenn sie mich mal heilen würde. Kannst du mich bitte heilen? Ich habe Low HP. Da war so eine Falle, die mich fast umgebracht hat. Okay, scheinbar bin ich hier falsch. Deswegen würde ich einfach mal sagen, hauen wir die Glocken zu Brei. Oh, doch nicht. Hä? Ich kann es doch gerade lesen, ob ich dumm... Ne, das lese ich mich nicht durch. Ich würde einfach mal... Ui! Eins? Oh, krass. Äh, ja. Ich hatte wieder eine dieser Visionen. Die Lösung habe ich gesehen. Ich hätte tatsächlich eine Vision und ich glaube, ich weiß nun, wie wir diese Mechanismus hier in Gang setzen können. Ja, Mann. Ja, es ist richtig krass, oder? Also, wir müssen die Glocken schütteln. Nein, Spaß. So, die Glocken müssen in einer bestimmten Reihenfolge geläutet werden. Lasst mich mal sehen, ob ich die wieder zusammenkriege. Ich glaube, zweimal hier und zweimal da. Deswegen speichern wir mal lieber. Ja. Was? Okay. Eins? Was? Okay. Okay. Dann ist es ja nicht kompliziert Fertig? Hat es funktioniert? Äh Äh So Ich wusste es doch Ui Das ist nicht gut Vor allem nicht mit meinen 10 HP die ich hier hab Und hier sind überall diese Steine Die bei mir mein schönes Fieber auslösen Hey wo bist du? Bist du nicht mit mir hier ins Wasser gefallen? Verdammt Hä wo ist sie denn hin? Hä? Bin ich jetzt ganz allein auf mich? Ach Gott Leute Das ist nicht gut finde ich Was sind so eure Meinungen dazu? Haha Ich bin kurz vorm sterben Ähm Aus irgendeinem Grund habe ich mein Runenleucht nicht ausgerüstet Tja wir müssen mal speichern Und Unser bestes ausprobieren Ich brauche irgendwas was mich heilen Habe ich hier irgendwas? Unbekannt Unbekannt Schädigt Ausdauer Ausdauer wieder herstellen Lebensenergie wieder herstellen Ja So viel war das halt echt nicht Dass uns das was bringen konnte Und ich habe nichts mehr zu essen Glaube ich Wie war das? Habe ich noch was? Fasan Fleisch Nein Leute das sieht schlecht aus Wir können das Fleisch nur essen Ich will halt nicht Ach egal Ich denke gerade nach halt ob ich Oh das erinnert mich Oh Das erinnert mich an Nerem Dann müssen wir doch gleich mal Einstellungen und Anzeige Und unser HOD ausblenden Oder es ist doch geiler wenn wir ohne Waffen machen Ich weiß es nicht Aber das erinnert mich richtig an Nerem Aber egal Meine lieben Freunde Ich verabschiede mich jetzt hier Ich hoffe diese Folge geht 20 Minuten Oder etwa 20 Minuten Naja Und Ja Achso Ich habe es ausgeblendet Deswegen sehe ich nicht mein Leben Und Ich hoffe einfach mal Dass ich Irgendeine Lösung finde Wie ich mein Leben heile Und ja Dann verabschiede mich Auf Wiedersehen Und ja Nächstes Mal geht es dir weiter Tschüss Dann verabschiede mich Ich bin